Das hier ist das Arbeitsgerät von Cannondale Factory Racing Team und natürlich sind da der ein oder andere Fahrer oder Fahrerin auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris dabei. Deswegen wollen wir uns das Rad jetzt mal ganz im Detail anschauen, auf welche Parts das Team so setzt, wo vielleicht auch die eine oder andere Besonderheit ist, denn ja das Cannondale Scalpel, das ist für die Saison 2024 komplett neu designt worden, deswegen gehen wir vielleicht erst mal auf das Herzstück ein, hier auf das brandneue Scalpel. Ja, das wurde für das neue Modell ja nochmal deutlich flacher und trendiger designt, das interessanteste ist vielleicht, dass jetzt das Rad auf 120 mm Federweg setzt. Vorher gab es ja in zwei Varianten mit 100 mm und als SE mit 120 mm, das fällt jetzt weg, nur noch 120 mm gesetzt. Ja und typisch Cannondale Scalpel ist natürlich die legendäre Lefty-Federgabel, die ist auch hier verbaut und was ist ansonsten noch interessant, ja das ist auf jeden Fall das Gewicht. Es gibt zwei Rabengüteklassen am neuen Scalpel und hier für die Profis kommt natürlich nur das Beste vom Besten zum Einsatz. Wir haben hier die Series Zero am Start und die wiegt 1780 Gramm der Raben in Rahmengröße M mit Dämpfer und Lack, also das ist eine richtige Ansage. Was ist ansonsten noch sehr, sehr interessant? Das ist hier vorne der One Piece Vorbau, Lenker-Vorbau-Kombi. Ja, man sieht schon die Züge laufen hier durch den Lenker, durch den Steuersatz dann in den Rahmen, also das sieht richtig sleek aus, richtige Race-Waffe auf jeden Fall. Aber jetzt wollen wir nochmal schauen, auf was die Profis hier so an Parts setzen. Typisch Kennedy Factory Racing Team, muss man ja schon sagen, sind Shimano Parts verbaut, natürlich das Beste vom Besten, die XDR. Je nach Fahrer oder Fahrerin kommen verschiedene Kettenblätter zum Einsatz, also bis zu 38, teilweise sogar 40 Zähne werden hier gefahren. Schauen wir mal, was dann in Paris zum Einsatz kommt. Interessant sind noch zwei Teile, die noch gar nicht auf dem Markt zu haben sind. Das sind einmal die FSA-Laufräder, natürlich aus Carbon, aber hier die Felgen, die sind noch komplette Prototypen, hab mir sagen lassen, dass sie eine 28 mm Innenmaulweite haben, ansonsten wird sich noch ausgeschwiegen, was da kommt. Und ihr seht schon, die Reifen, die sind auch neu, das First Ride Label von Schweibe. Das deutet ja immer darauf hin, dass man hier einen Prototypen am Start hat und so ist es natürlich auch für das Team. Die haben erstmal super leichte Reifen und auch ein neues Profil. Ich würde jetzt mal nach Augenmaß sagen, das ist ein Reifen, der so zwischen Racing Rife und Thunderbird angesetzt ist, also ein sehr schnell rollendes Profil. Gucken wir mal, ob es dann vielleicht für eine Medaille in Paris reicht. Ja, ansonsten, was haben wir sonst noch am Start? Natürlich hier Fox Parts, also eine Vario-Sattelstütze mit nur 80 mm Verstellweg, auch das wird immer interessanter im Cross Country, ein Fox Dämpfer. Ja, und natürlich auch eine Wattmesskurbel. So viel zum Rat vom Cannondale Factory Racing Team. Wenn ihr noch weitere Räder rund um das Olympia-Rennen sehen wollt, dann schaut bei uns auf der Website vorbei, bike-x.de und da findet ihr natürlich auch noch alles rund ums Thema Mountainbike, klickt euch gerne rein. Bis dahin sage ich, alles ist fahrbar und bis zum nächsten Mal.